Das Gesicht des Bösen. Laut der britischen Sun ist dies der Selbstmordattentäter. Salman Abedi, 22 Jahre. Spezialeinheiten stürmen sein Haus mit einer kontrollierten Explosion, suchen hier in einem Vorort von Manchester Hinweise auf mögliche Komplizen. Einer von ihnen könnte dieser 23-Jährige sein, festgenommen im Süden Manchesters. Die Ermittler glauben, dass Abedi nicht allein handelte und weitere Anschläge möglich sind. Premierministerin Theresa May hob deshalb die Terrorstufe gestern von ernst auf kritisch, die höchste Warnstufe. Wir können nicht ignorieren, dass es eine größere Gruppe gibt, die mit dem Anschlag in Verbindung steht. Das bedeutet nicht nur, dass ein Anschlag als wahrscheinlich gilt, sondern dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Angeblich soll der Engländer mit libyschen Wurzeln hier in Manchester geboren und den Behörden bekannt gewesen sein. Nach einem Bericht der englischen Zeitung The Sun könnte er in Syrien ein Terrortraining absolviert haben. Regelmäßige Reisen nach Libyen, vielleicht um IS-Männer zu treffen, hat die britische Regierung bestätigt. Am Montagabend war Abedi mit der U-Bahn zur Manchester Arena gefahren und hatte 22 Menschen am Ende eines Popkonzerts im Foyer der Halle in den Tod gerissen. Dort, wo man keine Eintrittskarte brauchte und wo keine Kontrollen stattfanden. Das jüngste Opfer gerade mal acht Jahre alt. Seine Bombe zwar selbst gebaut, aber professionell, so die Ermittler. Manchester trauert. Mehrere tausend Menschen sind am Abend im Zentrum zu einer Gedenkfeier für die Opfer zusammengekommen. Ich hoffe, wir kommen weiterhin zusammen in Geschäften, beim Fußball. Ich meine, wir sind hier in Manchester. Wir werden niemals aufhören, zu Konzerten zu gehen, zum Fußball. Absolut nicht. Mehr Soldaten, mehr Polizei auf den Straßen. Damit versucht Großbritannien der Gefährdung durch weitere Anschläge zu trotzen. Wir werden als erstes Soldaten auf die Straßen stellen, um die Öffentlichkeit zu beschützen. Weiteres Militär wird besondere Orte bewachen. Die Patrouillen werden mehr werden, vor allem auf Transportwegen und den vielen großen Events in den nächsten Wochen. Eine Mammutaufgabe. Derweil kämpfen noch viele Opfer des Terrors vom Montagabend um ihr Leben. Wie etwa zwölf Kinder. Sie liegen schwer verletzt im Kinderkrankenhaus von Manchester.